Der Ball ist freigegeben Die Baller Da ist Chiellini Aber er muss so langsam aufpassen Weiter dieses Dribbling Aber wir sehen es Ballverlust Mauro Junior Jetzt Götze Gutierrez Da suchen sie jetzt die Lücke Gute Chance für eine Flanke Da passt er auf Viel Platz jetzt auf außen Aber jetzt ist der Ball weg Da machen sie nichts aus dieser Szene Blauvic Westen McKennie Da war er noch dran Und es gibt Eckball Jetzt der Eckball Federico Bernadeschi Westen McKennie Er hatte Ball Gute Aktion Götze Und den spielt er gleich wieder zurück Den Ball kann er abfangen Das könnte die Chance werden So fangen sie den Angriff früher ab Sehr gut Götze Eran Zahavi Oh das könnte was werden Das spielt er gut mit Und kommt rechtzeitig raus Sehr gut gemacht Gut aufgepasst Quadrado Das ist natürlich ein guter Pass Die Baller Westen McKennie Gefährliches Anspiel Spielt den Ball Glanzparade gehalten Ecke von Dybala Da ist der Ball erstmal raus Westen McKennie Sie haben den Ball Götze am Ball Ah ich glaube das war natürlich kein guter Pass Die Gäste kontrollieren den Ballbesitz Aber rausgekommen ist zu wenig Nur das Unentschieden Damit können sie nicht zufrieden sein Es fehlt die letzte Entschlossenheit So jetzt ist erstmal Pause Es steht hier noch 0 zu 0 Ich bin gespannt ob hier ein Team in der zweiten Hälfte Noch mal mehr ins Risiko geht Bislang kommt hier doch zu wenig von Paulo Dybala Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt Dann hast du es als Mannschaft schwer Sehen wir auch am aktuellen Ergebnis Bisher nur Remy Die zweite Halbzeit ist angepfiffen Und jetzt gilt es für beide Mannschaften Die ersten 45 Minuten vergessen zu machen Das war kein gutes Niveau Hier bisher Wolf Die Teams waren einfach zu harmlos Aber wir haben ja noch jede Menge Zeit Damit das besser wird Klasse Tackling Die Baller Rabiot Alles sieht gut aus Klasse Pass Super gemacht Gute Verteidigung Gutierrez Mario Götze jetzt Jetzt sind sie am Ball Jetzt sind sie am Ball Da wäre Platz für einen Kurter Und jetzt ist die Gefahr Bereinigt Weg ist der Ball Auf außen ist jetzt Platz Stark gemacht Das könnte was werden Er hat den Ball gehalten Aber die Szene geht weiter Da passt er auf Ball geklärt Nun Götze Gar die Fans wissen Auf Dauer kann das hier nicht gut gehen Das hätte der Rückstand sein können Mauro Junior Jede Menge Platz auf dem Flügel Mario Götze Und die Balleroberung Wichtig Ballgewinn Gefährliche Position Was für eine Aktion So gerade eben noch Verhindern sie das Tor Was für eine Rettungstat Rabiot Bernadeschi Einwurf jetzt Beide Teams werden wechseln Arthur Die Baller Den Ball gibt er erstmal nicht her Schöner Zweikampf Sie erobert den Ball Schoss zum Konter jetzt Götze Gefährlicher Pass Ja Gibt nur Abstoß Sie nehmen den Wechsel vor Zehn Minuten sind noch zu absolvieren Eine sehr gute Möglichkeit Das ist die Chance zum Sieg Schön dazwischen gegangen Die Baller Da ist Bernadeschi Jetzt müssen Sie aufpassen Jetzt müssen Sie aufpassen Ehrlich werden können Damit endet die zweite Hälfte Und es gibt keinen Sieger Das ist die Chance zum Sieg Und es gibt keinen Sieg Sieg die Chance zum Sieg Und es gibt keinen Sieg Und es gibt keinen Sieg Vielen Dank.